Da wären wir wieder bei Rocket League und ich dachte, wir fangen mit dem Tor an. Ja, hat geklappt. Nein, ich habe einfach nur zu spät drauf gedrückt. Aber nur mal herzlich willkommen. Ich hatte soweit jetzt auch gut. Mir geht es viel zu, aber... Aber soweit wird es mir ganz... Also ich freue mich gerade zu spielen, weil ich habe so lange kein Rocket League mehr gespielt. Autsch, Futter, ja. Ich habe auch kein Rocket League mehr gespielt. Weil ich die Season jetzt auch nicht so toll fand, ja gerade. Da bin ich momentan. Und sonst bin ich immer dabei mit dem Rocket Pass. Und dann auch bis mindestens level 100, also ist kein Problem. Aber da bin ich wirklich fast, der Rocket Pass momentan ist echt hässlich. Deswegen, also da sind so wenige Reizungswege, die ich brauche. Einzig von da denn für's Level. Muss ich das nicht anfangen. Okay, das war knapp. Aber die waren auch zu zweiter. Schön, 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 schön. Ah, ich bin leider nicht da. Das brauchst du gar nicht versuchen, Junge. Nochmal, komm, und, und, oah. Ja, dann lass mich ja den aber. Ne. Ne. Oh. Das ist hoch. Harte hoch. Noch einer? Nein. Gut, dann gehen wir jetzt wieder an der Reihe. Oh, der kommt schon. Der kommt schon. Ah. Ah. Das klappt eigentlich nur manchmal, ne? Natürlich hat er die jetzt wieder genommen. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Das ist so gewöhnend. Scheiße, nachdem nicht. Alter, mach mal auf hier. Nein, 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 nein. Nein, oh, f- Get up. Hmm. F- 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 Come here. Ja, 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 ja. Nein. Es ist ja, no, es ist ja, no, es ist ja. Die Scheiße steht doch die ganze Zeit im Tor. Keine Ahnung, ob wir das auch da zu machen sollten. Oh, bitteschön. Alter. Da ist er einmal draußen und dann habe ich meine Chance gesutzt und mein Glück ausgenutzt. Das war beinahe mein Fehler, Entschuldigung. Meine Minute durchhalten. Eine Minute durchhalten, komm. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Sehr schön. Schön, wirklich schön. Ja. Wenigstens wird der BR fertig. Ja, also... Egal. Ja, du Sack. Sehr schön. Du Sack. Ja, du Sack. Ja, du Sack. Ja. Ja. Ich bin jetzt wieder in den Rang aufgestiegen, sehr schön, das Ranking-System verstehe ich genauso wie ich wie bei CSQ. Du spielst 3 Spiele, gewinnst 3 Spiele, du verlierst 1 Spiele, kommst 1 Rang runter. Nächstes Mal gewinnst du 1 Spiele und kommst 1 Rang rüber und beim letzten 2 Spielen kommst aber keinen Rang runter. Was ich auch schon hatte, ich gewinn 1 Spiele und komm 1 Rang runter. Keine Ahnung, was das Dach kaputt war, weil da hab ich keinen Bock mehr gehabt zu spielen. Da ist ja wirklich leider alles schon vorgekommen, das ist äh... Verstehe ich auch nicht warum... Ah... Ah, da hätte ich nochmal ein Nachdenken... Au! Au! Jetzt... Wie hat er das gemacht? Hat sich auch was gegeben, aber... Ah... Hat er ihn doch noch geklappt... Mann... was ich so gut. Na ja. Ja... Entfernen wir? Wollt ihr? Man ist so gut... Ja... 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 Was?! Wo kommt der denn jetzt wieder her? Was ist denn hier los? Wo kommt der her? Den hätte ich gar nicht aufhalten können. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Oh! Ja, wir haben noch eine Läder an dieser Hörschuldigung. Schön! Schön, schön, schön! Äh, guttanker. Komm, wir werden dann aber nicht knappen. Wir werden nicht viel. Nein! Ich bin mir zu selbstsicherer geworden. Etwas, was man nicht machen sollte. Der Rückwärtsgang durch. Das ist eine tolle Runde. Ich würde mal da her reingehen können. Jaja, Jungs. Das... Das war peinlich. Das war peinlich. Ich hätte hier locker rausgekommen. Ich hätte anders springen müssen. Ja... Ich will auch nicht machen. Hört auch nicht. Jawoll! Weeeey! Jaja! Ah, ich bin ein Schuss. Was? Ja, Ruhlin ist am Fluchen. Kann ich noch nichts tun. Ruhlin, Ruhlin. Nein, was machst du da? Junge! Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ja. Das war für sich immer noch. Ich spiele dir jetzt gar nicht mehr mit, oder was? Ja, ganz klar. Wow! Okay. Das war schön. Das war schön. Das war sehr schön. Ich finde es blöd, dass ich mich glaube ich nicht aufpippen kann. Also, jetzt... Jetzt mit, mit, äh, Decals oder so. Das Ding hat einfach keine Decals. Das Ding hat einfach keine Decals. Danke, den ihr habt. Oh, nein. Schau. Da hab ich den anderen nach unten achtsam... ...äh, unweigerlich... ...behindert? Ist ja wieder keine Musik da. Warum nicht? Nein, was rum? Alter, entfalls werden wir nervös hier. Oh, schön. Oh, schön. Okay, Sekt. Ah, okay. Okay, das ist ja. Das ist ja. Gut. Ich mein, mir soll's egal sein. Ich mein, mir soll's egal sein. Ich mein... Ich hab schon mal Zeit. Oh! Ich glaube, wer ist mit uns getrost. Ich hab's mit uns... Äh... Ach, warte, mal, jetzt warte... Ich hab's mit uns... Ein schwirken. Und da war einfach nur blöd. Ich hab's mit ihnen... Da frage ich mich... Da frage ich mich genau... Warum... Was war es überhaupt so? Ich konnte es überhaupt... Wie ist es damals möglich gewesen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Nein! Ja... Hey, you destroy the game! Ja, schön Ein Spiel machen wir natürlich noch Jetzt werden wir in Liga 4 Und dann würde ich noch einen machen Wenn ich jetzt verliere, dann mache ich noch eine Pause Weil, was war denn noch anderes? Jesus! Jetzt warten wir noch andere Spiele, aber... Gucken wir mal an, ne? Ja, Mama Ja, wir tun ja nicht Schön Okay... Oh... Ja, wo bin ich aus? Jetzt habe ich auch keine Pause gedrückt, ja? Ja... 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 Ja, jetzt mal drauf geben, dann eininnerungen Spiel dran In der nächsten Minute Oder Spielminute Was? Alter! Das ist mein Mann. Alter, schau mir das Gesicht. Das würde mich so aufregen. Ah, der. Das ist kein Team. Ja, ja. Guck, 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 guck. Jawoll. Danke, guter Schuss. Ab. Bis jetzt, weil ich nicht viel gemacht habe, sonst noch ein paar Pässe. Aber sonst. 4-0, Alter. Oh. Oh, du wein. Oh, herrlich. Aber mit dem Lüpfen, das ist echt eine Sache für sich. Manchmal kann man das austricksen, manchmal nicht. Das kommt echt ganz davon ab, wer das macht und wie gut er was macht. Nein, sorry. Ah, was ist das? Was ist das? Nein. Oh, da hinten steht er. Ich werde da gut raus holen. Ihr habt's. Bitteschön. Also besser kann ich. Lüpfen. Eigentlich auch ganz okay. Sorry, sorry. Ah, die haben wir natürlich noch gemacht. Dankeschön, dankeschön. Na. Ja, dann sind wir mit 20 Minuten. Das ist so ein geiler Abschluss. Dann sag ich mal ein Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... Hey, 355. 4xp, hey Kuchen. Aber keine Aufnahme. Na gut. Dann mach ich jetzt mal eine Pause. Anderes Spiel wartet. Ich habe es euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure langsamsten oder schnellsten Bälle waren. Beziehungsweise wenn ihr noch einen braucht für Dire Team im Ranked Modus. So ab Ende Gold, Platin Level. Vielleicht auch Anfang Diamant. Da bin ich dabei. Um es halt zusammenspielen können. Bis dann macht's gut. Habt einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine gute Nacht. Und dann, irgendwann追ts ein schöneres Malют. Hottbrief in dieidamente die Kommentare ist komplett aufgewirkt. Ich vers tunnel splниieren und welche Möglichkeitenfristig